Endlich ist es soweit heute, da habe ich dir die Top 10 Altcoins für den Mai 2024 vorstellen, mit denen man potenziell auch zu Reichtum kommen kann. Dies ist eine Serie, die wir jeden Monat machen und sozusagen auch immer up to date sind. Ich muss ja noch hinzufügen, dass dieser Monat sich perfekt eignet, um sehr gute Einstiege zu bekommen. Und hier haben wir verschiedene Gründe, beispielsweise, dass viele Altcoins innerhalb der letzten 30 Tage oder aber auch innerhalb der letzten 60 Tage massivst abgestraft wurden und somit auch gute Einstiege bieten. Zum anderen sind wir nicht mehr auf der Euphorie, wo wir circa zum März waren und viele haben den Kryptomarkt verlassen. Das bedeutet, dass wir hier auch wieder besser ansteigen können. Und wir sehen es ja auch, das Bullish Momentum geht hier weiter nach oben. Wir sind jetzt wieder bei einem Score beim 4. Greed Index von 70 von 100, was auch fast wieder eine extreme Gier widerspiegelt. Und das nicht ohne Grund, denn wir sind hier bei sehr, sehr wichtigen Bereichen des Bitcoins bei den 67.000 US-Dollar. Und die Range von 65.000 US-Dollar bis hin zu den 68.000 US-Dollar sind sehr relevant. Und wenn wir diese Marke durchbrechen, können wir easy auf neue Allzeithöchststände klettern. Und das würde bedeuten, dass die Altcoins folgen und natürlich auch nochmal ordentlich pumpen können. Somit haben wir die recht seltene Gelegenheit, in einem Bullenmarkt günstig nachzukaufen, aber wir stehen auch von einer Schwelle, wo wir von dem Punkt aus wirklich explosiv ansteigen können. Und ich möchte nochmal speziell, bevor wir die Altcoins vorstellen, auch nochmal auf den Term reich werden darauf eingehen. Meines Erachtens nach wird man nicht reich, indem man einfach auf 10 oder 20 verschiedene ganz kleine Kryptowährungen setzt und dann hofft, dass eine Kryptowährung explodiert. Ich finde, man sollte da auf jeden Fall mit einem Plan rangehen. Und das bedeutet es auch, Kryptowährungen zu kaufen, die etwas sicherer sind, um sich eben vor dem schlechtmöglichsten Risiko absichern zu können. Denn nur so handelt man rational und man möchte das Geld natürlich auch vermehren, aber in erster Linie auch behalten. Genau deswegen wirst du hier in der Liste nicht nur Kryptowährungen finden, die ein 100x Potenzial haben, denn die sind natürlich auch meistens mit einem höheren Risiko ausgestattet, sondern ich werde dir auch Kryptowährungen zeigen, die noch einen sehr, sehr guten Einstieg bieten, aber auf jeden Fall schon deutlich etablierter sind. Und natürlich auch Kryptowährungen, die einem Trend folgen und zwar der nach oben geht. Aber ich habe auch Kryptowährungen mit drin, die es zum aktuellen Zeitpunkt auch zum Boden zu kaufen gibt. Das heißt, ein wirklich bunter Mix und hier sollte auf jeden Fall für jeden etwas dabei sein. Und der Fahrplan ist ganz klar, wir kaufen die Altcoins, um sie zum Bull Run zu veräußern. Das bedeutet, wir halten diese nicht 2, 3, 4 Jahre oder über mehrere Zyklen, nein, wir wollen die diesen Zyklus auch abstoßen. Genau deswegen geht es in dem Video auf das Hier und Jetzt, nicht was in 5 oder 10 oder 100 Jahren passiert, sondern womit man das meiste rausholen kann. Aber auch erstmal herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Zwergen Kryptowährungen. Freut mich, dass auch du heute wieder mit dabei bist. Eigentlich wurde alles im Intro erklärt. Ich hoffe, der Fahrplan ist klar. Falls ihr mir noch was zurückgeben möchtet, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da, zeigt gerne den Support, das ist ein kleiner Klick mit großer Wirkung. Und falls du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest, dann natürlich auch gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich auch schon mal sagen, wir starten direkt rein nach dem Disclaimer. Heute auf jeden Fall ein etwas ausführlicheres Intro. Es ist auch wichtig, weil ich persönlich im letzten Video, in der letzten Top 10 auch erwähnt hatte, hey, Bitcoin ist für mich zu teuer. Und da kamen auch einige an, die dann sofort gemutmaßt haben und gesagt haben, hey, du verstehst Bitcoin nicht und hier und da. Und da kamen dann auch gleich Vorwürfe. Zu dem Thema muss ich vorab nochmal sagen. Es ist natürlich ein Altcoin-Video und ich bleibe meinem Standpunkt auch treu, dass Bitcoin für mich aus Investoren-Sicht zu hoch gelaufen ist. Und für mich ist in dem Bitcoin zum aktuellen Zeitpunkt zu diesen Preisen circa ein 2 bis ein 3x recht sicher drin. Das heißt, was wir auch erwarten können ohne Moonshot-Preise. Und auch wenn das vollkommen okay ist und denke ich mal auch viele Aktien outperformen wird, selbst von dem jetzigen Zeitpunkt, muss ich sagen, da gibt es deutlich bessere Optionen. Und es hat nichts damit zu tun, dass ich Bitcoin nicht verstehe oder nicht. Ich würde sogar mal sagen, dass ich Bitcoin mehr verstehe als die Personen, die mir sowas vorwerfen. Denn ich hatte eine Bachelorarbeit zu dem Bitcoin geschrieben. Das heißt, ich habe den Bitcoin buchstäblich studiert. Aber wie ich auch im Intro gemeint habe, es geht um das Hier und Jetzt und nicht, was in 100 Jahren ist. Denn wenn ich die Wahl hätte, in eine Kryptowährung zu investieren und 100 Jahre lang laufen zu lassen, ja, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich bei dem Bitcoin. Aber das ist ja hier nicht der Punkt. Dennoch fangen wir mit der ersten Kryptowährung an und das ist unser sicherer Hafen. Und einige würden den vielleicht nicht zu den Altkünsten zuzählen und jetzt sollte es eigentlich auch schon klar sein, über welche Kryptowährung ich rede. Und zwar ist es Ethereum. Das hat auch folgenden Grund. Wie gesagt, Reichtum bedeutet nicht, dass wir in 10, 20 oder 100, 100x Kryptowährungen investieren und darauf hoffen, dass eins davon explodiert. Nein, wir brauchen auch eine Basis. Der Bitcoin ist meines Erachtens nach einfach zu hoch gelaufen. Dennoch ein super Investment langfristig. Aber für diejenigen, die noch recht sicher investieren wollen, in Kryptoverhältnissen natürlich, da ist Ethereum meines Erachtens nach wirklich einer der besten. Denn die Kryptowährung bekommt wahrscheinlich auch den nächsten ETF und selbst wenn nicht, hindert es meines Erachtens nach Ethereum nicht so stark, weil Ethereum nicht dafür konzipiert ist. Der Bitcoin schon eher. Der Bitcoin gilt ja als Wertespeicher. Ethereum würde auch ohne einen ETF auskommen. Dennoch denke ich, je länger sich das zieht, desto interessanter könnte es werden. Und Ethereum wird auf jeden Fall davon profitieren, falls diese ETFs gelauncht wurden. Und der Grund, warum ich aber persönlich auch noch in Ethereum zum aktuellen Zeitpunkt investieren würde, beziehungsweise die Kryptowährung interessanter meines Erachtens nach ist, als der Bitcoin, ist, dass wir hier noch recht sicher in die Kryptowährung investieren können und aber auch noch was erwarten können. Denn meines Erachtens nach ist hier noch locker ein 3 bis 4x drin. Und das ist auch kein Moonboy-Gerede oder sonst was. Denn wir müssen uns vorstellen, der Bitcoin hat Ethereum weitestgehend outperformed. Generell auch viele Altcoins outperformed. Aber Ethereum ist hier, um zu folgen, und wir sehen es ja auch, die Kryptowährung konnte von 1.500 US-Dollar bis 4.000 US-Dollar ansteigen und ist jetzt korrigiert. Bis hin zu 2.880 Dollar. Von dem Zeitpunkt aus sind wir gar nicht so weit hochgelaufen. Wie gesagt, die Marktphase ist sehr interessant. Wir haben einen hohen Viren-Greed-Index. Wir haben auf jeden Fall von Bitcoin noch einiges zu gehen. Wir befinden uns mitten im Bullenmarkt. Das heißt, wir sollten natürlich auch solche Dips nutzen. Und wir stehen in einer sehr, sehr interessanten Marktphase. Das heißt, meines Erachtens nach können wir hier nicht so weit runterfallen, beziehungsweise sind wir jetzt schon so gut wie am Ende. Und ich gehe eher von einer Explosion aus, statt von einer weiteren Korrektur. Und genau das ist der Grund. Sichere und recht gute Einstiege meines Erachtens nach. Wir haben noch einiges, auf das wir uns freuen können. Der Ethereum hat noch weiter aufzuholen, bietet dem Kryptomarkt dann noch Sicherheit und genau deswegen ein verdienter Platz hier in diesem Ranking. Aber jetzt würde ich mal sagen, wir gehen zu den wirklichen Altcoins. Und alle Altcoins, die ich heute vorstelle, gibt es auf der Börse Bing X zu kaufen, falls ihr da noch nach einer super soliden Börse sucht. Auch zum Trading sehr geeignet. Denn wir haben hier für eine Börse eine wirklich einfache Benutzeroberfläche. Und das Wichtigste, wir können auch viele verschiedene Kryptowährungen kaufen, die es eben nicht auf jeder Börse gibt. Bloß mit den Gründen der Beschreibung sicherst du dir bis zu 5000 UCT in Trading Bonus und kannst du mit auch kostenfrei meinen Kanal unterstützen, denn somit kommt für dich kein Mehraufwand dazu. Und um wirklich 99,9% Altcoins abdecken zu können, würde ich persönlich auch noch Maxi hinzuzählen. Und jetzt gehen wir zu einer Kryptowährung, wo ich länger nicht mehr drüber geredet habe, aber wo wir endlich auch wieder günstige und gute Einstiege bekommen. Und zwar ist es die Kryptowährung SAI. Denn wir sind endlich wieder auf einer Markup von 1,5 Milliarden US-Dollar. Kurz gesagt, es ist eine Layer 1 mit einem sehr soliden und starken Fundament. Und wer dazu einen Deep Dive haben möchte, hier habe ich auch ein Video dazu hochgeladen. Generell eine Kryptowährung, die in dem Zyklus recht stark gehypt wurde, also wirklich interessant ist. Und ihr kennt meine Meinung, in einem Bullen-Markt ist es sinnvoll, auf Kryptowährungen zu setzen, die ordentlich nach oben pushen, also einen guten Trend folgen, und zwar nach oben. Und dann die Trendwende-Bereiche nutzen, also günstig einzukaufen. Und wir sind eben auf günstigeren Preisen. Wir sind nämlich ca. 53% seit dem Allzeithoch korrigiert. Und das in einem Bullen-Markt ist wirklich super. Meines Erachtens nach haben wir auf jeden Fall noch einige Schritte zu gehen. Das heißt, die Kryptowährung könnte wirklich interessant werden, insbesondere wenn wir nochmal weiter nach oben steigen. Denn die Kryptowährung ist ordentlich korrigiert. Und das ist auch der Punkt, der mich persönlich erfreut, denn im März hat es mich wirklich genervt, dass man in so gut wie keine Kryptowährung einsteigen konnte. Und dann war die Marktphase irgendwie recht langweilig. Zumindest fühlt es sich so an, als wären einem die Hände gebunden. Mehr müssen wir zu Zy nicht sagen. Wie gesagt, ein extrem detailltes Video gibt es nämlich schon auf dem Kanal. Eine Kryptowährung, die ebenfalls unglaublich stark korrigiert ist, was mich wirklich erfreut hat, ist Bitten zur Tau. Hier folgen wir einer weiteren wichtigen Hype-Narrative. Zy ist eine Layer 1. Layer 1s pumpen generell immer sehr, sehr gut durch, beziehungsweise haben einfach unglaublich viel, was sie in Potenzial ausschöpfen können und extrem viel Interesse, was da auch reinfließt. AI-Kryptowährungen sind genau das Gleiche. Unverzichtbar für diesen Bullenmarkt und unverzichtbar für diesen Bullrun. Bitten zur Tau, ihr kennt meine Meinung, ist meines Erachtens nach das beste AI-Projekt. Market Cap auf 2,5 Milliarden. Und wenn wir uns das mal so vorstellen und etwas weiter nach oben denken, was sind schon 2,5 Milliarden US-Dollar für einen Bullenmarkt, beziehungsweise Bullrun. Für eine Kryptowährung, die meines Erachtens nach das Potenzial hat, in die Top 20 zu kommen, in die Top 10 zu kommen. Wir haben starke Staking und unglaublich gute Tokenomics. Wir haben Subnetze, die jeweils einen wichtigen Themenschwerpunkt abdecken, auch irgendwo konkurrenzfähig sind. Und das ist immens wichtig bei den AIs, also in dem AI-Sektor. Denn der hat am meisten Potenzial, aber somit natürlich auch extrem viel Konkurrenz. Und hier muss man performen. Corsair beispielsweise haben wir ebenfalls. Das ist sozusagen ein dezentrales Chat-GPT, aber nicht nur noch ein Chat-GPT. Da können wir auch gerne mal in einem anderen Video darauf eingehen. Wir haben den Chat, wir haben den Studio, wir haben Translate, APIs und dann haben wir aber noch viele verschiedene andere Sachen. Wir haben verschiedene Modelle, die wir verwenden können. Es kommen immer mehr und mehr Use Cases dazu. Und es gibt auch Spielereien, dass man beispielsweise mit seinem Lieblingscharakter oder mit einem Lieblings-Celebrity interagieren kann, kommunizieren kann. Und ich habe es mal ausprobiert. Ich finde, das Ganze ist schon eine nette Spielerei. Und das Ganze wirkt einfach deutlich, deutlich professioneller und deutlich aufgezogener. Und über Tao könnte ich wirklich eine Ewigkeit reden. Und genau deswegen freut es mich natürlich, wenn wir hier mal reinschauen. 51% korrigiert. Innerhalb von zwei Monaten habe ich dankend angenommen und zwei Tranchen investiert. Einmal zu 400 US-Dollar beziehungsweise zu 410 und einmal zu 350 US-Dollar. Eine Kryptowährung, wo ich extrem viel Potenzial auch noch in diesem Bullenmarkt und Bullrun sehe, das steht außer Frage. Eine Kryptowährung, wo ich ebenfalls sehr viel Potenzial für diesen Run sehe, das ausgeschöpft werden kann, ist Facturn. Hier sind wir im Bereich der Factorization. Wir haben einen Coinbase Fund mit drin und wir sind brutal korrigiert. Wir sind nämlich bei 23 US-Dollar. Market Cap müsste circa bei, sagen wir mal, 10 Millionen liegen, also extrem niedrig. Und wenn wir uns das mal anschauen, die Kryptowährung wurde auf Maxi gelistet, ist auf 110 US-Dollar hochgestiegen und ist seit dem Zeitpunkt fast 80% korrigiert. Und die Kryptowährung ist für mich ein Sleeper, das heißt eine Kryptowährung, die einfach keiner auf dem Radar hat, wo ich mir aber vorstellen kann, dass die Kryptowährung einen ordentlichen Hype generieren kann. Denn wir sind hier eine Layer 1. Wir sind Vorreiter in dem Themengebiet Factorization und das hat deutlich mehr Use-Case, als man das denken kann. Also mit der Faktorisierung von Primzahlen. Und das ist in Healthcare sehr relevant, das ist in Mathematik sehr relevant, für die Sicherheit sehr relevant, für Banken beispielsweise, die nutzen genau sowas. Und da sehe ich wirklich viel Potenzial. Und natürlich, es ist eine Small Cap, es ist eigentlich schon eine Micro Cap und extrem volatil. Aber genau deswegen halte ich es nicht für verkehrt, sich diese Kryptowährung mit dem Portfolio hinzuzuziehen. Jetzt habe ich natürlich auch einen Deep Dive, was 30 Minuten geht. Also wirklich eine ganze Stange. Dazu auch Proof of Work, Fair Launch, also ähnlich wie bei Tau. Und die Inflation sollte immer und immer und immer geringer werden. Denn mit der Zeit sollte es natürlich auch immer schwieriger werden, diese Factorization durchzuführen. Aber wie gesagt, ein wirklich interessantes Projekt. Und fällt hier auch in verschiedene Halbkategorien rein. Fair Launch, Proof of Work, Layer 1. Aber hierzu ist gesagt, kann explodieren, muss aber nicht. Also keiner garantiert, dass die Kryptowährung so viel Aufmerksamkeit bekommt, wie sie bekommen könnte. Und da haben wir es wieder. Genau deswegen investieren wir auch in etabliertere und sichere Projekte, um das Ganze auch ausgleichen zu können. Jetzt kommt eine Kryptowährung, wo einige wahrscheinlich mir widersprechen würden. Veracity. Wir sind wieder zu einem Preis von 0,005 US-Dollar. Das heißt, zu Preisen, wo wir auch vorher im Oktober waren. Ich kann wie gesagt vollkommen verstehen, dass Personen sich von diesem Projekt abgewendet haben. Aber ich muss schon sagen, die Kryptowährung hat derbe was abbekommen. Wir waren im März zu 1,5 US-Dollar Cent und sind von da aus auch mal ordentlich korrigiert. 70% circa. Dennoch hat die Kryptowährung für mich Explosionspotenzial. Das größte Problem sind die Tokenomics, beispielsweise auch hier zirkelnde Umlaufmenge im Vergleich zur Total Supply, was viele abschreckt. Und dieses Problem sollte auch bald gelöst werden mit einem Dual-Token-System. Zwar haben sie sich widersprochen und es gibt tatsächlich hier auch einige Red Flags, wenn man das so sagen möchte. Das heißt, es ist natürlich nicht das sicherste Projekt beziehungsweise es hat ein unglaublich starkes Potenzial, extrem durchzupumpen. Aber dieses Potenzial steht auf wackeligeren Beinen. Das heißt, es ist jetzt nichts für mich wie Bitensor Tower, beispielsweise. Aber nichtsdestotrotz sollte man die Kryptowährung nicht unterschätzen. Und wir müssen auch sagen, wenn man diesen Part hier durchgemacht hat und immer noch Vertrauen und Potenzial in dem Projekt sieht, so krass kann es eigentlich auch gar nicht mehr schief gehen, meines Erachtens nach. Natürlich im Konto-Markt kann alles passieren, aber im Endeffekt haben wir von den Altcoins eine sehr, sehr starke Korrektur im Generellen gesehen und wir haben sehr, sehr viel Panik bei Veracity gesehen. Und diese gesamten Ankündigungen, die notwendig waren, davon bin ich der festen Überzeugung, lieber jetzt abgestraft, als irgendwann später. Das heißt, theoretisch haben wir auch einige Probleme aus dem Weg geräumt. Es wird natürlich wichtig, wie das Team kommuniziert. Also falls ihr euch über Veracity noch informieren wollt und möchtet und da immer up-to-date gehalten werden möchtet, dann lasst mir auch gerne ein Abo da, checkt gerne diese Playlist hier ab. Da habe ich auch die jüngsten Ereignisse immer dokumentiert und auch meine Meinung dazu abgegeben. Aber trotzdem für die Market Cap viel Potenzial, starke Community und bin ich gespannt, was im Bullenmarkt passieren wird noch. Dann eine Kryptowährung, die ich auch sehr interessant finde, die auch mit BitTensor Tau sehr gerne verglichen wird, auch öfter mal als der kleine Bruder tituliert wird beziehungsweise genannt wird Market Cap von 100 Millionen. Hier sind Leute am Berg, die damals bei BitTensor gearbeitet haben. Es ist ein Walk von BitTensor, das heißt generell hier auch interessant und in die Kryptowährung werde ich auch noch einsteigen und ich werde dazu auch noch einen Deep Dive hochladen. So, da kann man auf jeden Fall gespannt sein und bleiben. Wir haben zwar aktuell nur 10% in der zirkulenden Umlaufmenge, aber, ja gut, das kann man irgendwo verkraften. Im Endeffekt von der Market Cap her haben wir theoretisch ein kurz- bis mittelfristiges Potenzial ein 10x rauszuholen. Was ich hier persönlich sehr interessant finde oder sehr schön finde, ist, dass wir hier auf 4 US-Dollar waren und dann rapide eingebrochen sind auf 70 US-Dollar Cent. Von dem Zeitpunkt her sind wir ca. 30% angestiegen. Aber ich sehe es gerade, wir waren sogar auf 51 US-Dollar Cent, also das ist natürlich heftig, aber in diesen Preisbereichen waren wir wahrscheinlich ca. 5 Sekunden, ja, übertrieben gesagt. Und vom Urteil her sind wir ganze 77% abgestraft worden, also hier eine wirklich interessante Kryptowährung mit einem sehr interessanten Einstieg, wo wir tatsächlich, wie gesagt, kurzfristig vom Potenzial her ein 10x auch erwarten könnten, wenn alles super klappt. Problem ist, sie machen nicht allzu viel Marketing, das heißt, sie müssen irgendwo durch ihre Performance glänzen, sie müssen natürlich auch von dem AI-High profitieren, aber um in AI einfach besser aufgestellt zu sein, kann diese Kryptowährung interessant sein, aufgrund der recht geringen Market Cap, auch wenn die jetzt nicht extrem niedrig ist, von 100 Millionen, aber es ist, denke ich mal, ein wirklich interessanter Pick. Hier sehen wir auch die Seite, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht zu viel schon mal vorwegnehmen, da werde ich ein detailliertes Video dazu machen, also falls ihr da Interesse habt, gerne mal Hashtag KOMAI in die Kommentare rein, sehr, sehr interessant und ihr kennt ja, meine Deep Dives, die sind immer sehr, sehr detailliert, auch ein astronomisches Staking beispielsweise, haben auf jeden Fall viel vor und wie gesagt, es hat eben verschiedene Punkte, die schon einen Bullish stimmen können. The main KOMAI Developer ist Sal Vivona with 8 plus years programming experience, previous TAO Developer und hier 0,25 Millionen Tokens werden pro Tag released. Aber wie gesagt, dazu in einem späteren Video mehr dazu. Apropos in einem späteren Video mehr dazu, SUI, dazu werde ich ebenfalls auch noch einen Deep Dive hochladen, ich habe mich hierzu informiert und ich finde die Kryptowährung sehr interessant. Eine Layer 1 mit vielen verschiedenen Benefits, was ich persönlich sehr gut finde, ist, dass sie sich auch in Richtung Gaming kategorisieren und ich finde, das ist unglaublich schlau gemacht. Markkab von 2,5 Milliarden US-Dollar, auch von der technischen Seite her, wirklich, wirklich stark. Genau deswegen ist SUI natürlich auch so stark hochgelaufen. Aber was ich ebenfalls gut finde, wir sehen es hier, All-Time-High ebenfalls minus 50% gefallen und genau das ist natürlich auch irgendwo das Wichtige, was ich sehr, sehr gut finde in einem Bullenmarkt. Und zwar Kryptowährungen, die ein großes Potenzial haben, ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben, ordentlich ansteigen können und wir hier auch ordentliche Punkte bekommen beziehungsweise Zeitpunkte bekommen, wo man auch investieren kann zu einem guten korrigierten Preis. Und warum sind wir hier so stark korrigiert? Erstens die Marktphase und zweitens die zirkulierende Umlaufmenge. Wir sind jetzt bei 2,3 Milliarden, das heißt, wir haben circa 25%. Viele sagen jetzt, hey, das ist viel zu viel. Inflation, die noch auf einen zukommt und ja, das stimmt, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber wir können uns das Ganze natürlich mal anschauen. Sui Unlocks bei einem frischen Krypto-Projekt ist normal. Hier sind auch viele VCs mit dabei, also Personen, die günstig eingekauft haben und dann einem Potenzial natürlich auch diese Kryptowährung auf den Kopf hauen können. Das ist recht normal, außer eben bei diesen Proof-of-Work-Kryptowährungen, bei diesen Fairlaunch-Projekten. Aber was ich persönlich gut finde, ist, dass wir jetzt diesen Token Unlock vom 1. Mai beziehungsweise vom 3.4.5. Mai circa, dass wir hier jetzt durch sind. Das wurde damals falsch angezeigt. Damals wurde es hier bei Token Unlocks auf den 31. Mai geschoben. Dieses Event ist aber auch schon durch und wir sehen ja, wie viel Inflation hier tatsächlich dazugekommen ist. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier bis zum April 2025 beziehungsweise sagen wir bis zum Juni, wenn wir sogar ein bisschen weiter gehen, bis zum November 2025, da haben wir noch ungefähr eine Verdopplung von den Suis, die aktuell in der Umlaufmenge sind. Und das muss ich sagen, es ist okay. Hey, also das ist jetzt nicht so unglaublich schlimm. Von daher ist hier das Schlimmste durch. Die Token Unlocks haben stattgefunden und wie gesagt, zu ihr ein Projekt, wo ich persönlich auch viel Potenzial in diesem Run auch noch sehe. Layer 1s haben generell ein ordentliches Potenzial durchzupumpen. Von daher hätten wir ebenfalls auch noch ein Potenzial von einem 10x beispielsweise. Und wie gesagt, hierzu wird es auch noch einen Deep Dive geben, wie ihr das kennt von meinem Kanal. Also gerne Abo da lassen, falls ihr das nicht verpassen wollt und gerne auch die Glocke aktivieren, da seid ihr einer der Ersten, die das Ganze auch sehen werden. Eine weitere Kategorie, die interessant wird, ist die Layer 2 Kategorie und zwar Podiummatic. Hier muss ich persönlich sagen, es ist mehr oder weniger mein Favorit, was die Layer 2s angeht. Und es ist auch für die Personen interessant, die nach einer Kryptowährung gesucht haben, wo man wirklich günstig einsteigen kann. Denn wir sehen es ja, die Kryptowährung ist damals mal von 38 US-Dollar angestiegen bis hin zu 1,50 Dollar circa. Und seit dem Februar, nur noch am Korrigieren, seit dem Februar, wo alle anderen Altcoins nach oben gestiegen sind, ist die Kryptowährung nur noch am Korrigieren. Manche könnten sagen, hey, das ist jetzt nicht sonderlich gut. Ich sehe hier drin immer noch Potenzial. Wir sind sozusagen der First Mover von den Layer 2s und der große Vorteil ist, dass die zirklende Umlaufmenge immerhin fast gleich der Total Supply ist. Und das haben wir bei den anderen Layer 2s nicht. Deswegen Polygon für mich immer noch eine sehr interessante Kryptowährung, die auf jeden Fall auch Gas geben. Und denke ich mal, auch besonders für die Personen interessant, die recht sicher investieren wollen und die auch irgendwo auf dem Boden kaufen wollen. Ja, weil das ist natürlich recht untypisch für den Bullenmarkt. Und solange man nicht nur in solche Kryptowährungen investiert und nicht nur den Boden jagen möchte in einem Bullenmarkt, finde ich das vollkommen okay und vollkommen legitim. Und Polygonmatic ist auch eine Kryptowährung, die ich persönlich empfehlen würde, in Anführungszeichen. Natürlich empfehle ich hier keine Kryptowährungen. Das Ganze dient als Inspiration, Research und Unterhaltung. Aber wenn ich einer Person irgendwas empfehlen müsste, sagen wir es mal so, dann würde ich persönlich auch zu Polygon greifen, weil die Kryptowährung meines Erachtens nach recht sicher ist, ja. Und einen guten Safe Space im Portfolio bietet. Für einen Altcoin natürlich. Eine Kryptowährung, die gar keinen Safe Space in seinem Altcoin-Portfolio bietet, ist Kryptonite. Die Kryptowährung ist auf einem Rang 1500 und ich persönlich finde die Kryptowährung sehr interessant. Das ist das Liquid Staking-Protokoll von SAI. Wenn wir davon ausgehen, dass SAI ordentlich ansteigt oder generell sich weiter etablieren wird, auch für den Bullenmarkt, Bullenrun und vielleicht natürlich auch für die späteren Verläufe, dann könnte Kryptonite immer und immer interessanter werden, weil es eben ein Core-Pillar-Project ist. Das heißt, dass sie so mit seit Tag 1 dabei waren beziehungsweise einer der ersten sind, die im Ökosystem partizipieren oder partizipiert haben. Der Contract ist jetzt SAI, was ich ebenfalls gut finde. Sie sind immer noch aktiv, aber sie sind eine extrem kleine Kryptowährung und diese Kryptowährung hatte ich auch damals mal vorgestellt. Müssen wir mal schauen, wo das Ganze war. Und zwar genau hier und zu dem Zeitpunkt war die Kryptowährung auf 0,06 US-Dollar. Seit dem Zeitpunkt sind wir natürlich auch extrem stark eingebrochen. Ich habe es tatsächlich unterschätzt, wie stark man einbrechen kann als Kryptowährung in einem Bullenmarkt, aber hier sehen Sie natürlich auch von 15 US-Dollar-Cent runter auf 2 US-Dollar-Cent. Das heißt, einfach mal 86% abgestraft. Ich habe erwartet, dass wir hier weiter abgestraft werden, aber etwas zu früh eingekauft. Dennoch bleibt die Theorie oder die These die gleiche. Wir können hier extrem günstig in das SAI-Ökosystem investieren, was kein Meme-Coin ist, aber Potenzial hat, wie ein Meme-Coin anzusteigen, aber auch zu fallen. Das heißt natürlich, hier ein wirklich risikoreiches Projekt. Ich denke aber trotzdem, dass das Projekt sich interessant entwickeln kann. Es hängt natürlich viel an SAI. Es hängt daran ab, wie interessant Liquid Staking-Protokolle werden und so weiter. Aber besonders jetzt keine schlechte Kryptowährung, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen kann, wenn man das möchte und natürlich auch die gewisse Risikobereitschaft hat. Wie gesagt, deswegen stelle ich auch Kryptowährungen vor mit einer größeren Market Cap und auch Kryptowährungen mit einer kleineren Market Cap. Und als Kryptowährung Nummer 10 wollte ich ursprünglich Chainlink mit reinnehmen. Wir können die Kryptowährung immer noch easy mit reinnehmen, gar kein Problem. Wir sehen es aber innerhalb der letzten 7 Tage plus 22% natürlich leicht ärgerlich. Es ist eine Kryptowährung, die ebenfalls eine gewisse Sicherheit verspricht, die im Kryptomarkt unerlässlich ist, also eine wirklich starke Technologie hat, das Oracle-Problem löst, mit CCIP einen wirklichen Hype auch entfacht hat und die sozusagen mit die Besten sind in ihrer Kategorie. Und wir sind hier eigentlich auch wieder ganz gut abgestraft worden von 21 US-Dollar bis hin zu 13. Eigentlich wollte ich die Kryptowährung genau hier vorstellen. Da habe ich in dieser Liste, da hatte ich mir sie auch notiert gehabt und dann ist sie einfach mal um 20% angestiegen. Aber ich denke, auch jetzt ist die Kryptowährung sehr interessant. Und für die Personen, die eine Kryptowährung suchen, wo sie wirklich am Boden einkaufen können oder die aktuell nicht aus dem Knick kommt, ich denke trotzdem, dass QuantQNT interessant sein kann. Das heißt, hier haben wir eine Honorable Mention beziehungsweise eben auch eine weitere Option für den 10. Platz. Wir sind unter 100 US-Dollar. Aber mir ist auch mal aufgefallen, die Kryptowährung ist zwar mal in einem Hype ordentlich nach oben gegangen und hat hier eben auch viele Interessen geweckt, aber Quant war eigentlich immer eine Kryptowährung, die sehr spät erst explodiert ist. Wir sehen es ja, die Kryptowährung ist erst im Juli explodiert bis hin zum September. Das heißt, Quant ist ein Spätzünder generell gewesen. Und daran hat sich eigentlich auch nichts geändert. Das sehen wir natürlich auch im Chart. Aber eine sehr starke Interoperabilitäts-Kryptowährung. Und wie gesagt, falls ihr da noch einer soliden Kryptobörse sucht, checkt gerne mal Bingx ab oder aber auch Maxi. Und somit kann ich nur Merci sagen. Freut mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Ein heute wirklich sehr detailliertes Video, aber gegeben dem Umstand natürlich, dass wir uns in einer wirklich interessanten Phase befinden. Denke ich mal, dass es auch vollkommen verständlich ist. Schreibt mir gerne eure Lieblings-Kryptowährung rein. Schreibt mir gerne euren Favoriten rein, den ihr nachgekauft habt. Gebt mir gerne Bescheid, welche Kryptowährung wir als erstes vorstellen sollten. Sui oder Komai. Lasst gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Und dann würde ich auch schon sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Bis dahin. Peace out. Peace out.